Also ich studiere Mechatronik Feinwerktechnik im achten Semester mit Schwerpunkt Medizintechnik. Für den Studiengang Mechatronik Feinwerktechnik habe ich mich entschieden, weil ich zuerst schon eine Lehre als Mechatroniker gemacht habe und für Medizintechnik speziell, weil ich schon immer, ich bin Sportler und gerne Sportgerätetechnik auch studiert hätte, aber für die Sportgerätetechnik gab es in Deutschland nur Unis und dann habe ich an der Hochschule München die Fachrichtung Medizintechnik gesehen, die recht ähnliche Module wie die Sportgerätetechnik hatte. Dann habe ich mich darauf beworben, bin reingekommen und jetzt bin ich auch echt froh, dass ich die Medizintechnik gemacht habe. Also die Medizintechnik an sich ist ein riesig breites Feld, das kann alles mögliche in der Klinik sein, Intensivstation, OP, aber für mich persönlich finde ich die medizinische Messtechnik super interessant. Also alles wo man Bio-Signale oder Vital-Signale von Menschen messen kann. Man hat richtig das Gefühl, als würde man den Menschen helfen mit der Arbeit, die man hier tut. Also mein Praxissemester habe ich genau hier im Labor der Hochschule München gemacht, weil wir einen sehr jungen und sehr engagierten Professor haben, der viele interessante Forschungsprojekte hat und mich das einfach interessiert hat, was in der Forschung so passiert. Und da haben wir hier einfach frei unsere Projekte gestalten können. Und was ich dabei besonders gelernt habe, ist wie man mit kleinen Projekten oder mit kleinen Arbeiten einfach bei der großen ganzen Forschung mitwirken kann. Und das fand ich sehr aufregend und das hatte einfach so einen inspirierenden Geist hier drin.